Hallo Leute! Hi Leute! Hi Weihnachtsfest! Hi ihr Süßen! Hey meine Abenteurer! Hi meine Lieben! Hallo liebe Make-up-Freaks! Hi Biker-Community! Dieses Mal gibt's ein Geschenk, ein Boxing-Video! Wie ihr wisst, ich kriege immer viele, viele Geschenke. Und diesmal möchte ich den Kleinen auch mal was zurückgeben. In diese wunderschöne Box kommt diese Bürste natürlich in Pink. Diese Haargummi mit Glitzer. Mal sehen was noch hinzu kommt. Wenn ihr diese Schuhe sehen könnt, ist er weihnachtlich. Superschön, superweich. Und was habe ich hier? Ich habe hier einen supercoolen Rucksack. Man kann ihn so tragen, man kann ihn auch so tragen. Supergut! Tritt versprochen! Ein superschönes Einhorn-Mäppchen. So einen ähnlichen Nagelack habe ich auch. Ninjas von Lego! Wow! Ein Toni! Supercool mit Superheroes! Dieses tolle Mäppchen mit den wunderschönen Augen. Wahnsinnig tolle Biker-Boots. Gefüllt nicht nur mit tollem Winterfell, sondern auch mit selbstgebackenen Plätzchen. und schon die Box nicht mehr leer. Viel Spaß und frohe Weihnachten! Ich hab mir das Läggen aufgebaut. Ich hab mir das mitnehmen, aber ich habe das Läggen. Ich hab mir das Läggen. Weil es sich nicht mehr zu haben. Vielen Dank.